Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Laa und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astro unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Toy aus der Arati Warfront. Und zwar sind wir hier mit einem 120er Char im Arati Hochland in der Warfront quasi. Ihr seid nämlich dann erst gefaced, wenn ihr die maximale Stufe erreicht habt. Und hier ist es so, dass wir einen Rearm-Up haben, der sich in einer Höhle befindet. Diese Höhle befindet sich auf den Koordinaten 76, 37. Ich wusste eine Weile nicht, dass es diesen Rearm-Up noch gibt und deswegen habe ich ihn nicht gefarmt. Und das Toy jetzt quasi als letztes, der ist wirklich da ganz hinten in der Höhle drin. Und ja, da kann man dann hochfliegen oder hier außen rum laufen. Das gab es auch schon in Classic, bloß jetzt halt hier mit 120er Mobs. Dieser Rearm-Up droppt uns hier eine Kohlenpfanne. Und der Rearm-Up heißt Geomant Flintdolch. Und ja, ich werde jetzt euch erstmal die Kohlenpfanne zeigen, also das Toy, und dann mich in diese Höhle begeben. Ich muss mir jetzt erstmal dieses Oga-Ding noch wegklicken. Das war ein anderes Toy, was es hier gab. Und wir setzen das Toy einmal ein. Haben eins mehr gelernt. Und ihr seht schon, das sind die Arati-Hochland-Warfront-Toys. Das sind insgesamt neun, plus nochmal zwei extra, die man von einem, oder von dem World-Boss bekommt. Ich glaube, das war jetzt mein vorletztes. Ich denke mal, wenn man den World-Boss tötet und eine Flagge bekommt, sowohl Horde als auch Allianz, dann wird man hoffentlich die andere auch bekommen. Aber das werden wir sehen. Das war unter anderem mein 500. Toy. So eine Rand-Nitrize. Viele brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt ganz gut dabei hier. Und ja, wir wollen uns die Kohlepfanne aber jetzt mal angucken. Und zwar scrollen wir da ein bisschen näher ran. Ich habe nämlich jetzt eine Kohlenpfanne auf dem Kopf. Sieht lustig aus. Und ich habe so einen ganz komischen Helm auf. Äh, ja. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Mal gucken, ob es mit einem anderen, nee, mit einem Kostüm tut es leider nicht kombinieren. Dann hätte es sein können, dass der Oga dann quasi die Kohlenpfanne auf dem Kopf hat. Aber das funktioniert leider nicht. Aber ihr seht, wir haben hier eine schicke Kohlenpfanne auf dem Kopf und zumindest ein Toy mehr. Sonderlich toll ist es jetzt nicht, muss ich geschehen. So, wir gucken jetzt mal uns an, wo der Rare ist. Also wir gehen hier einmal in die Höhle rein. Dann halten wir uns hier links. Und dann müssen wir einmal hier hochlaufen. Und zwar einmal die komplette Höhle. Also sprich, hier links rum, hoch und dann bis zu dem Wasser dahinter. Und ganz hinten hockt er drin, im letzten Eck. Und, ähm, ja, ist ein bisschen nerviger Rare-Up, weil der heilt sich ständig. Also, wenn ihr ein bisschen kicken könnt, ist es auf jeden Fall zu eurem Guten. Und ich werde ihn jetzt nicht umhauen. Und, ja, er ist eh gerade tot. Okay. Ihr könnt ihn einmal pro Warfront, die ihr erobert habt, looten. Heißt, wenn eure Fraktion die Warfront einnimmt, könnt ihr ihn unboxen und bekommt Loot. Oder, beziehungsweise, wenn euer Charter das erste Mal auf 120 kommt, könnt ihr herfliegen. Egal, ob ihr die Warfront habt oder nicht. Ihn einmal unboxen, bekommt Loot. Und, äh, der Reset des Rare-Mobs für den Loot ist erst dann, wenn ihr die Warfront erneut annehmt. Das kann bis zu einem Monat dauern, dieser Zyklus. Heißt, ähm, wenn ihr das farmen wollt, ist es sinnvoll, ihr macht das mit mehreren Chars. Die müssen aber 120 sein. Gear ist egal, ja. Die müssen 120 sein. Ihr seht, das ist ein 120er Char, der Itemlevel 200 irgendwas hat. Also, äh, nicht sonderlich tolles Gear. Den habe ich über Inseln hochgezogen. Aber, zumindest eine neue Loot-ID hier auf diese Rare-Mobs, die relativ, ja, lange, langen Reset leider haben. Ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.